Das Leben ist ein Spiel, das uns zur Freude gespielt wird. Also genießen Sie es. Streichen Sie jedes Muss aus Ihrem Leben, denn sobald Sie müssen, endet das Spiel. Wann immer Sie sich anstrengen, zeigt das nur, dass es anders leichter ginge. Zur Kunst der Mühelosigkeit gehört vor allem das Loslassen. Lassen Sie alles los, was Ihr Leben nicht wirklich bereichert. Vor allem das Ärgern, sich Sorgen machen und negatives Denken. Und verzaubern Sie so Ihr ganzes Leben. Nutzen Sie alles, was Sie gerade erleben, als Chance zum Besseren. Und wandeln Sie das, was ist, in das, was sein soll. Sie können vom Leben alles haben, indem Sie es verursachen. Ziehen Sie vor allem den Rucksack der Vergangenheit aus und machen Sie es sich leicht. Machen Sie sich magnetisch für das Gewünschte, indem Sie es geistig in Besitz nehmen. Bestimmen Sie Ihre Zukunft, bevor sie geschieht. Halten Sie Ihre Aufmerksamkeit gerichtet auf den erfolgten Erfolg, bis er zu Ihrer erlebten Realität geworden ist. Erfüllen Sie sich mit der absoluten Gewissheit des erfolgten Erfolgs, dann ist Ihr Erfolg unvermeidbar. Und Sie haben am Start schon gewonnen. Seien Sie ständig online und lassen Sie sich von der universellen Weisheit führen. Und machen Sie so aus jedem Vorhaben einen Erfolg. Eine Absicht ist immer erst dann erledigt, wenn sie wieder einmal erfolgreich abgeschlossen wurde. Wichtig ist natürlich Ihr Glaube. Denn einem jeden geschieht nach seinem Glauben. Das, was Sie glauben, bestimmt das, was Sie erleben. Fühlen Sie also vor dem Start, dass Ihr Wunsch bereits erfüllt, Ihre Absicht verwirklicht ist und gewinnen Sie so in jedem einzelnen Fall. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!